Martin Ohneberg, wieso gibt es das Handgym und was können die Mitarbeiter da machen? Ja, das Handgym ist eine Einrichtung, die wir für die Mitarbeiter gemacht haben. Es geht darum, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, neben dem beruflichen Alltag sie sportlich zu betätigen. Der Ausgleich zwischen Beruf und der Freizeit ist ja ganz ein wichtiger. Und nachdem ich sehr sportliche Mitarbeiter habe und persönlich extrem viel Halt sozusagen im Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Sport, hat, war mir das natürlich ein großes Anliegen, den Wunsch den Mitarbeitern zu erfüllen. Okay, und was würden Sie sagen, kommt es besser gut an? Das ist ja gerade am Anfang des Projekts. Ja, also wir haben es jetzt seit drei Wochen in Betrieb und es wird super angenommen. Es sind schon fast 30 Leute, die das laufend nutzen. Jeden Tag gibt es ein Training. Mitarbeiter stellen das Training zusammen und machen es. Und heute haben wir einen besonderen Tag, weil der Alessandro Hemmerle jetzt das Wintertraining vorstellt, den Mitarbeitern, das sie dann in weiterer Folge täglich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten werden.